Am 17. August werden wir hier bei uns finnische Sportgeschichte schreiben. Denn dann wird Olli Mäcki, ein Bäcker aus Kokola, auf den Amerikaner Davy Moore treffen, den Weltmeister im Federgewicht. Sie können ganz sicher sein, dass wir alles dafür tun werden, um den Weltmeistertitel nach Finnland zu holen. Könntest du für die Kamera boxen? Erbarmungsloser Gesichtsausdruck! Tempo, Tempo! Tempo! Gut, Olli! Kann ich ganz ehrlich sein? Na sicher! Wenn nicht zu mir, zu wem denn sonst? Weißt du, ich glaube, ich bin... Ich hab das Gefühl, ich bin verliebt. Tag. Hey, grüß dich. Aha. Super, genauso machen wir weiter. Du hast dir die beschissenste Zeit zum Verlieben ausgesucht. Ja, zum Teufel. Hey, tschüss. Sag Tag. So entscheide! Ja, wenn Sie das sind,